Hey Leute, immer wieder höre ich sowas wie, die Hölle ist Trennung von Gott, Gott ist in der Hölle nicht anwesend. Aber tatsächlich könnte nichts ferner von der Wahrheit entfernt sein als das. Denn im Psalm 139, Vers 7-8 steht, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliegen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Es gibt tatsächlich einen Vers in der Bibel, wo schwarz auf weiß steht, dass Gott auch in der Hölle anwesend ist. Nein, die Hölle ist nicht Trennung von Gott. Gott ist auch in der Hölle anwesend. Und in der Offenbarung Kapitel 14 lesen wir, dass sie gepeinigt werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Wer ist das Lamm in der Offenbarung? Das ist Jesus Christus. Also sie werden direkt im Angesicht Gottes gepeinigt in der Hölle. Das heißt, in der Hölle hat man auch Gemeinschaft mit Gott, aber es ist eine furchtbare Gemeinschaft. Das ist der Unterschied. Entweder schöne Gemeinschaft mit Gott im Himmel oder furchtbare Gemeinschaft mit Gott in der Hölle. Gott ist in.